auf 8 immer mit der Ruhe Jungs gut dann gehen wir mal weiter da wird klingt Oh Gott viele Polizei viele Polizei und Oh was ist jetzt los 6 Bilder pro Sekunde was zur Hölle Scheiße ich schätze meine Festplatte ist voll Na Klingelingeling Klingeling I think I got something Thomas The newspaper clippings you found in the room at the metro station Each of the articles talks about a serial killer A serial killer that was on your case list 9 names were mentioned Of those 7 of the 9 were crossed out in each of the clippings by a black felt tip marker The only names that weren't crossed out were the matchmaker and the torturer Of the names that were crossed out all those cases have gone cold And now you can cross off the matchmaker Wait are you implying that there's someone stalking serial killers? So what He goes around killing killers And then he marks off their name in his little personal diary Sounds ridiculous doesn't it? It does But it adds up It almost makes sense Hold on Oh shit Rosa I have to call you back Aus dem Gebäude flüchten bevor sie an Tränengas ersticken Aus dem Gebäude flüchten bevor sie an Tränengas ersticken Ich schätze mal ich muss hier lang, oder? Die hier schon mal nicht Ich fahre einfach mal den Junkies Au So Das war cool Kling So Gemeinsame Ursache der Probleme Zusammenfassung Es wurde festgestellt, dass Menschen von einer Schallquelle unbekannten Ursprungs beeinflusst werden Diese wurde nun als Auslöser für eine bestimmte Form von Hirnzersetzung identifiziert Herkunft der Schallquelle unbekannt Wer jedoch von Natur aus eine Neigung zur Gewalt besetzt, ist für den Einfluss besonders anfällig und zeigt entsprechende Symptome Okay Yeah You were going to call me back Sorry, so The fingerprint in the metro station and the boot print are not the matchmakers, but this other guy So, is he the torturer? Doubtful It's not the torturer's MO Think about it The final murder in each of those cases on your list Ended with a killing similar to the previous ones This guy goes around and kills the killers in the same way that they're killing the innocent He's like an uber-killer A serial killer X A perp not on your original case list So, this serial killer X kills serial killers He takes them down using their own methods If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sex stuff He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually deliver the final blow What is this city coming to? Alright, so I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him? Life of an agent Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently Sorry Look, I can't get you the bureau dossier of the torturer now, as you can imagine But we can find out some public information And I have something else you need to say Okay Well, it's too dangerous for me to come to the bureau Can you meet me at the city library? You know there's been a fire there The whole thing is shut down for repairs Exactly, there's damage, but there's gotta be a terminal or two still working And no one will know Can you meet me there in 15 minutes? I'll be there So Das gibt es aber am nächsten Mal Denn, äh, ich hab nicht mehr so viel Zeit Und ich muss noch essen und noch andere Sachen machen Und diese Videos noch abmischen und so Damit ihr morgen was zum gucken habt Oder heute abends vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht Vielleicht lade ich die Videos sogar noch heute Abend hoch Bevor ich, äh, bevor ich losfahre Wenn ich das jetzt geschafft habe mit mir mal ein bisschen Habt ihr heute schon wieder eine ganze Menge zu gucken Ja, äh, egal Die nächsten Parts gibt es dann in ein paar Tagen Ich weiß noch nicht, wie ich nächste Woche arbeiten muss Von daher, ähm, guckt Oh, jetzt kriege ich auch noch das Telefon Guckt einfach ab und zu mal Und dann, äh, ja, ne? Bis dahin, tschüss!